hier möchte ich euch gerne den drei ländersee etwas näher bringen es ist wirklich wunderschön dort wir mussten leider frühzeitig abreisen wir konnten uns von freitag auf samstag bleiben weil wir sonst auf gut deutsch gesagt abgesoffen wären wie ihr gleich sehen könnt ist ein wohnmobil schon in dem sinne abgesoffen der musste rausgezogen werden und vor uns das am nächsten tag auch noch passiert und fleischgewichte haben wir dann den platz verlassen müssen aber das was am material da ist an bildern werde ich euch hier zeigen daran kann man auch sehr gut erkennen dass der minicamper und nicht nur in dem fall was nässe und rasen betrifft auch nur woanders viele vorteile haben wir haben weniger platz aber wir haben immer vorteile und der keppi platz steht ganz oben bei uns auf agenda das wird nicht mehr lange dauern dann werden wir den wieder anfangen in diesem video werde ich nicht so viel quatschen lasst die bilder auf euch wirken gegebenenfalls werde ich bin zwischendurch noch mal zu bord gemeldet so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einfach zurücklehnen, die Hintergrundmusik genießen und auch sich einwecken lassen. Bis zum nächsten Mal. Einfach nur mal hinhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, damit niemand vor dem Computer oder vor seinem Handy Nickerchen macht, hier noch etwas flottere Musik zum guten Schluss. Hier unser letztes Frühstück, bevor wir nachmittags abreisen mussten. Und hier der Himmel, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war wirklich heftig. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem Gesundheit. Das nächste Video wird folgen.